So Freunde, einmal ein Rohrlauf auf der Freeride Strecke hier in Winterberg. Da das bei euch anscheinend immer so gut ankommt mit den Rohrläufen, dachte ich mir, ich mach heute mal wirklich ein, wo ich die Freeride-Combit durchfahre. Fragen sich die meisten von euch, die mich kennen, die wissen nicht nur durchfahren mit deiner Kondition, aber heute bin ich irgendwie voll gut drauf. Ich weiß auch nicht warum. Ich war hier übrigens rechts, verzeiht mir. Vorhin war Steinfeld gefahren und wir haben jetzt so einen beschissenen Stein ganz ans Ende, dass man das Teil flätten muss. Und es fühlt sich irgendwie für mich nicht so gut an und auch nicht für mein Bike. Genau, deswegen die Line. Ich hatte wirklich noch riesige Regen dabei, ich weiß nicht was heute los ist. Ich leg weiter hier rein. Zack. Ich hab jetzt vorne los hingehauen. Ein Träumchen. Armer Kerl. Vorsichtig, nicht nochmal. Macht mega Bock. Perfekter Boden heute. Leicht nass. Nicht. So. Ein Träumchen. Akku leer gegangen. Weiter geht's. Und das wo ich einmal durchfahren würde. Oh Gott, was war das? Oh fuck. Lol. Wtf. 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 Wie geht das? In's Pedal rein. Ohne zu stürzen. Wtf. Wtf. Okay, den Roller aufwischen wiederholen. Mann ey. Oh Mann oh Mann oh Mann. so freunde und herzlich willkommen ich weiß jetzt eben gesehen ob ich mit reingeschnitten habe oder nicht keine ahnung ich hoffe dass der akku einfach durch hält und ich jetzt auch einmal die frühe kommt runter fahren kann für euch jetzt wird es laut ich probiere es also jetzt noch mal die freeride einmal kommt runter in einem run habe ich glaube ich noch nie gemacht ohne pausen zwischendurch hier muss ich eine pause machen gezwungenermaßen weil mein akku angehalten ist also ausgegangen ist und weil ich auch noch nachdem ich wieder weitergefahren bin den stock in die speichel bekommen habe bis jetzt ins pedal deswegen würde ich sagen brille an versuch nummer zwei vom roll auf einmal freeride kommen wir durch letzte runde jetzt also die sogenannte verletzungsrunde ich hoffe nicht ich mache ganz gemütlich also noch mal wiederholung hier ist ordentlich ausgeschleppert aber propane ist gut am bügeln hier war ich rechts links kommen für den arsch da muss man platten jetzt sagen heute läuft es nicht ganz gut eigentlich gerade voller kondition her bin ich von mir selber begeistert jetzt hier oben rein hier machen wir uns anders vorsichtig die louis voran gelegt hat hier geht gerade auch von der kraft her eigentlich hier kommt von der akku aus hier geht doch hier geht doch dennoch blöpa fiel � Ja, akzeptabel würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es durchgehalten habe. Ich bin aber auch hier so konditionell so eine Volllusche. Keine Ahnung, was da abgeht.